Hast du auch das Problem, dass dein Roswitha dich nicht mehr so scharf findet wie ein Meerrettich? Dann bist du bei mir in der richtigen Adresse. Mein Name ist Dietmar Dieterle, ich bin schwäbischer Fußballtrainer. Oder wie meine Frau sagt, du gehst da eh noch zum Saufen an. Komm zu uns in den Verein, wir sind der 1. FC Maul-Dash. Wir haben teambildende Maßnahmen und wir sind wirklich super unterwegs. Ich sag's dir, wenn du wieder deine breite Brust möchtest, wie früher, und aussehen möchtest wie der Rhein-Goschling, dann bist du bei uns richtig. Die elle wichtigste Übung, die wir jeden Tag machen, die zeige ich euch jetzt. Das ist die Schwalbe-Übung. Ganz einfach, machst du eine Schwalbe. Und dann kommst du raus und der Trick heißt, machst du eine Schwalbe, trinkst du eine halbe. Ich bin fertig. Genau.